Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Omsi. Wir befinden uns heute auf der Map Römerberg, und zwar die aktuellste Version, was ich weiß. Und wir fahren heute mit einem Solaris Ubino 12, 12 Meter lang. Und wir fahren heute eine spezielle Strecke, und zwar den Gletscher Express auf Römerberg. Also wer von euch gedacht hat, dass die Linie 612 ist das, glaube ich, auf Römerberg schon schwer zum Fahren ist, der ist noch nicht den Gletscherberg gefahren. Weil der ist richtig schwer. Ja, ich würde sagen, wir reden immer lang herum. Da haben wir eine weiße Wand. Machen wir die Tür zu. Fahren wir mal vor. Morgen. Morgen. Hallo. So, wir haben jetzt noch ungefähr eine Minute zur Abfahrt. Ich muss dazu sagen, ich bin erstens Omsi schon länger nimmer gefahren, und zweitens die Strecke noch gar nicht. Also, ja, das wird spannend, ob wir da ohne Zwischenfall raufkommen oder nicht. Aber ich habe mir schon ein Video angeschaut, und die Strecke hat's in sich. Aber ich glaube, das schafft man schon. Ich bin zuversichtlich. So, wie schaut's aus? Halbe Minute noch. Na ja, machen wir mal da mal zu. Der Bus an sich, der gefällt mir ganz gut. Aber was mir nicht gefällt, ist, dass die Tür so stark verdunkelt ist. Also beim Abbiegen ist das ein bisschen bescheiden. Nehmen wir es mal so. Ich finde, man hätte es machen müssen, dass die Verdunklung erst ab der zweiten Scheibe ist. Also, ab der ersten Scheibe nach der Tür ist. Aber okay, das kann vielleicht ein findiger Motor noch ändern. Ich nicht. Also, ich bin kein Motor, ich bin kein Grafiker, ich bin Fahrer. Na gut, dann gehen wir es mal an. Fangt er schon da live an zum Rausfahren. Ups, rüber. Ja, ich habe auch die Hilfspfeile eingeschaltet, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wo ich hinfahren muss. Wie gesagt, ich bin die Strecke noch nicht gefahren. Also, da parkt einer. Na ja, schauen wir mal, um es rauf zu schaffen. Es ist 8 Uhr in der Früh. Und wir gehen bergsteigen. Gut, 208 links, 60 N links. Okay, ich bin keines von beiden, also fahre ich gerade weiter. Ich hoffe, das stimmt. Da muss ich scheinbar nicht stehen bleiben. Und dann fahren wir mal weiter. Also, ich hoffe, das stimmt. Ich garantiere für nichts. Aber das ist ja in allen meinen Videos ja so. Garantien gibt es in meinen Videos nicht. Ja, die Sonne scheint durch den Berg durch. Das ist interessant. Ja, Schnee wollte ich ehrlich gesagt nicht einschalten, obwohl wir auf den Gletscher rauf waren, weil man gedacht habe, da kriegen wir, da kommen wir nie rauf, wenn es da schneit oder wenn der Schnee liegt. Deswegen habe ich mich für normales Standardwetter entschieden, also 15 Grad. Es ist halt Frühling oder Frühsommer oder es liegt halt kein Schnee am Gletscher oben dann schon, aber da kommen wir eh nicht, bis ganz rauf kommen wir eh nicht, da fahrt ja dann die Gondel, glaube ich, hin. Wir fahren ja nur zur Talstation von der Gondel. Den Rest müssen die lieben Fahrgäste mit der Gondel zurücklegen. Ja, der Solaris Urbino, der ist vor ein paar Tagen erschienen, glaube ich. Ähm. Ja, ich glaube mittlerweile ist der Link wieder weg, also ich weiß nicht warum. Aber ich hatte Glück und habe ihn noch erwischt. Okay, da ist grün, sehr schön. Und da müssen wir links abwägen. Na gut. Jetzt kommen wir gleich zum Parkplatz. Ah, da hinten, Schatz, da sieht man schon die Gondel. Cool gemacht. Aber wieso wartet ihr da herunten schon? Herrein spaziert. Es war gemutigen Leute. Hallo, ist das zu kalt hier im Wurst? Wohin? Hättest du mich anzogen? Guten Tag, guten Morgen. Kann mich leider nicht um alles kümmern. Knefra. Hallo. Das ist echt, das ist echt unglaublich. Guten Morgen. Hallo. So, was sagt denn die Zeit? Leider zeigt mir das die... Die Kasse scheinbar nicht an. Schreibt da wieder aus. Verschwindet er. Okay, die Laufwege sind scheinbar noch nicht ganz optimal. Na gut, dann fangen wir mit dem schweren Teil der Strecke an. Was ich weiß, gibt es auf der Linie keinen Gegenverkehr. Talstation Gletscherbahn. Zum Gletscher bitte hier aussteigen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Ladies and Gentlemen, please exit here for the Glacier Aerial Passenger Line. Also es könnte jetzt sein, dass ich ein bisschen weniger spreche. Dann liegt es daran, dass ich mich aufs Fahren konzentrieren muss. So wie da, um mir dann so nette Stellen wie da. Das war die Hupe. Das war die falsche Taste. Ich versuch's natürlich, dass ich da jetzt ohne irgendeinen Unfall raufkomme. Aber schauen wir mal. Wenn, kann ich auch nichts tun. Dann ist's halt so. Aber die Strecke ist auch sehr anspruchsvoll, also seht's mir nach, falls ich doch den einen oder anderen Unfall baue. Seht's so aus. Knapp, aber geht's nicht aus. Es war schon etwas knapp. Für meinen Geschmack. Aber wir sind ja erst ganz unten, also ich glaub, das wird nur schwieriger. Und mir ist jetzt eigentlich die Zeit auch komplett wurscht. Na servus. Und da unten waren wir gerade, da unten ist der Parkplatz. Also, ich muss sagen, der Mapper hat sich echt Mühe gegeben mit der Map. Jetzt muss ich nur ohne Unfall abziehen. Scheiße. 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 Was denn? Ich hab keinen Führerschein. Noch immer nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich falsch gemacht hab, aber... Naja, egal. Vielleicht bin ich schnell gefahren, das kann natürlich sein. Ich glaub, wenn ich wo dagegen gefahren wäre, hätten's mir geschrien. Und ich würd sagen, in den Solare schauen wir uns dann oben in der Berg- und der Talstation an. Ein bisschen genauer, das Fahrzeug. Machen wir eine kleine, ich würd sagen Room-Tour, nein, eine Bus-Tour. Indem wir uns das Gefährt ein bisschen näher ansehen. Also, manche Stellen sind schon nett einfach. Jetzt geht's wieder ein bisschen bergab. Kurz dem Ausbewegen, weil sonst gemeint Windows, ich drück nix und schaltet mir irgendwann den Bildschirm ab. Ist aber nur bei OMSI so. Beim Eurotschlag ist mir das noch nie passiert. Obwohl ich da auch mit dem Lenkrad fahr. Also ganz Nachfall sind kann ich das nicht. So. Ein bisschen weiter draußen fahren, unser Bus ist zwölf Meter lang. Und weiter geht's den Berg hinauf. Geht sich alles aus. Stellen wir runterfahren, stell ich mir fast schwieriger vor. Wo ist der Bremsen an und wo ist der Hach? Gott sei Dank kommt mir da niemand entgegen. Sonst hätte ich schon ein bisschen... ein bisschen ein Problem. Und angeblich kann man alle Kurven mit einem Zug fahren, ohne zurückschieben. Schauen wir mal, ob uns das gelöst. Oder auch nicht. Okay, da kommt so eine enge Kurve. Aha, okay. Ah, an dieser Stelle kann ich mich erinnern aus dem Video. Okay. Ne, hat ja funktioniert. Also bis jetzt muss ich sagen, läuft's gut. Ich nehme mal ganz stark an, dass wir auch gut in der Zeit liegen, weil... Ich glaube, viel schneller kann man die Strecke eh nicht fahren. Geht mir eh schon die äußerste Mühe. Dass ich halbwegs zügig da durchfahre. So, konzentrieren ein bisschen. Na bitte. Und die hat man auch geschafft. Jetzt drücke ich schon wieder fast auf die Hupe. Die meiner Meinung nach die schrecklichste Hupe in einem Bus ist, die ich je gehört hab. Aber, das ist halt so. Werde ich vielleicht noch austauschen wie eine andere. Na gut. Muss ja was. Jetzt auch wieder eng. Jetzt kommen wir vor wie in einer Gletscherspalte. Aber heutz prügeln wir unseren Solaris auf den Berg rauf. Zum Gletscher. Aber ich glaube, dass wir schon einen Großteil der Strecke hinter uns haben. Allzu weit sollte es jetzt nicht mehr sein. Was tue ich mir nicht für euch an, Jungs und Mädels. Falls welche da sind. Ich glaube halt noch immer nicht, dass sich Damen ein Busvideo anschauen, aber wer weiß. Naja, bis jetzt kaum gemecker. Na, der Berg ist gespawnt. Oh, die Brücke. Ich glaube, auf der fahren wir gleich. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere an das Video. Wie gesagt, ich habe mir schon ein Video angeschaut, aber selber gefahren bin ich es noch nicht. Ich glaube, ich habe mir schon ein Video angeschaut. So, da haben wir noch eine interessante Stelle. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen ausholen einfach. Dann schaffen wir auch das in einem Zug. Na bitte, geht ja. Hätten wir auch das in einem Zug geschafft. Ich glaube, die Fahrpraxis macht sich schon bezahlt. Bei den paar tausend Kilometern, die ich in Omsi verbracht habe. Und ich glaube, wir sind da. Sehr geehrte Fahrgäste, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt am Gletscher. Kommen Sie mal gesund wieder zurück. Und fahren Sie mit uns wieder ins Tal hinab. Bitte beachten Sie auch den Betriebsschluss des Busses. So, die letzte Kurve. Das war der Randstein. Und das ist ein Fahrplan. Wir sind eine Minute zu früh. Auf Wiedersehen, die Damen und die Herren. So, dann würde ich mal sagen, wenn wir jetzt schon da stehen, dann schauen wir uns einmal unser Fahrzeug an. Also ich finde, ja, ich finde den extrem schön. Ein sehr guter Solaris, wie ich finde. Ich glaube, aufmachen kann man da nix. Ja, aber lieber nix aufmachen oder eine gute Performance als 100 Klappen und dafür frist die Kiste, Performance bis zum Gehtnimmer. Also so schaut einmal von außen aus der Kübel. Es gibt in dem Download, glaube ich, drei verschiedene Versionen. Einen mit Dachklima, einer mit Fahrerklima ohne Dachklima. Und einer mit beiden Klimaanlagen. Ähm, ja. Sagt man, keiner hat sich das Licht nicht angeschaltet. Da ist unser Motor stehend verbaut. Die Bestuhlung ist auch sehr schön gemacht. Also der Innenraum gefällt mir sehr gut. Da haben wir dann ein Fahrgastinformationssystem. Dann nochmal aus der Perspektive. Also ich finde den Bus echt gelungen, der gefällt mir sehr gut. Die Tür hat natürlich einen Warnton. Ich kann nicht sagen, ob das realistisch ist, wie schnell die Tür zugeht. Und aufgeht. Ich bin noch nie mein Leben mit einem Solaris gefahren. Vielleicht kann das wer von euch beurteilen. Da haben wir die ganzen Nothämmer. Netzplan Stadtbuslinien Fulda. Naja, der bringt uns da wahrscheinlich nicht viel. So, dann schauen wir uns nochmal das Cockpit an. Den VDV-Arbeitsplatz. Ah, das Lenkrad kann man ausblenden. Sehr schön. Da haben wir... Die Haltestellenbremse. Da können wir die Innenraum umschalten. Wir sehen, dass wir im neutralen Gang sind. Dass die Parkbremse aktiviert ist. Dass es gerade 48 ist. Und wir sehen, dass die vordere Tür offen ist. Jetzt nehmen wir. Dann können wir da unseren Öldruck und das Ganze anschauen. Öldruck, okay. Ja, freut mich. Ja, was haben wir da? Die ganzen Lichter. Für die Haltestellenbremse. Für die Rollstuhlrampe. Ja, und da sieht man auch, dass die Haltestellenbremse aktiviert ist. So, was haben wir da? Retarder. ASR zum Abschalten. Ah, geht das? Ja. Damit kann man die Rampe ausfahren. Okay, der Bär bewegt nix. Und auch von außen kann man die Rampe bedienen. Die Rampe. So, Riese wieder eingefahren. Das ist der Anlasser. Okay, der Bär bewegt sich leider nicht. Gut, was haben wir da noch? Eine Notaus. Die Klappen kann man scheinbar nicht steuern. Halterstellenbremse, Notlösen. Okay, sind aber nur Dummy-Tasten. Ja, ich habe den Bus erst gerade installiert, also ich habe mir noch nicht so genau angeschaut. Äh, tak. Hoppala. So, was haben wir da noch? Keine Ahnung. Kneeling. Anscheinend. Wo er gleich mal den Boden versinkt. Äh, ist ein bisschen übertrieben. Okay, jetzt habe ich wollte ja schon sagen, er geht nicht mehr rauf. Aber er bewegt sich. Vorgang ein Link, Betriebsbremse betätigen. Okay, da funktioniert die auch. Nein. Gut, die... Türflügelschwere funktioniert nicht. Das dürfte eine Bremse sein. Dann haben wir da die... Ähm... Gangwahlschalter. Und was mir besonders an dem Bus gefällt, wenn man den Rückswärtsgang eingibt, einlegt, hat man da schön eine Rückfahrkamera. Sehr hilfreich. Sobald man die rausgibt, ist es natürlich wieder weg. Dann haben wir da unsere Kassa. Wie gesagt, in jedem Bus ist eine andere Kassa verbaut. Kann man halt die ganzen Sachen auswählen. Kurzstrecke, Fahrschein, Fahrschein Spezial, Kulamt-Ticket und den ganzen... Das ganze Zeug. So. Fahrzeitdifferenz. Ah, da schreibt er die Zeit hin. Ich verstehe. 17. Das heißt, wir haben 17 Minuten. So, Tages-Ticket nochmal. Kommt da oben raus. Ja, die Kassa ist ganz nett. Was steht auf dem... Kann man lesen, was auf dem Schild da steht? Ah, die Fahrzeugnummer. Okay. Man kann dem Fahrzeug ein eigenes Kennzeichen geben. Man muss es sogar, bevor man den Bus auf die Map setzen kann. So, dann haben wir... Dieses Fahrzeug wird elektronisch überwacht. Für ihre Sicherheit und zum Schutz vor Vandalismus. Aha. Zwismus. Ja, also so gefällt mir der Bus ganz gut. Schön gemacht. So, dann... Was haben wir noch erinnern eigentlich? Ja, ich glaube, das war es eh schon. Ah, da haben wir noch was. Und zwar haben wir da die Fahrerkarte. Hat keine Funktion. Das Radio hat keine Funktion. Und da haben wir die Heizung. Und Klimaanlage. Also, das ist beides in einem. Wie man das... Wie man das Ding bedient... Eben ehrlich gesagt, noch keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben den Bus erst vor kurz runtergegangen. Das ist die erste Runde mit dem Dreh. Also, ja. Ich muss mir das erst anschauen. Was haben wir da noch? Ah, Fahrgastraumkameras. Okay, ist aber rein Anzeige. Und ja, sonst nichts. Jetzt haben wir natürlich keine Fahrgäste da, damit wir schauen können, ob das auch wirklich... Ob man die Fahrgäste auch wirklich sieht. Hm. Naja. Müssen wir da mal bei der nächsten Fahrt genauer drauf achten. So. Ähm. Was haben wir noch? Einen schönen Sessel. Ja. Also, ich muss sagen, der Bus im Allgemeinen gefällt mir jetzt so auf den ersten Blick eigentlich sehr gut. Ist super. Ist eigentlich sehr schön gemacht. Ich bin jetzt keiner, der zur Fehlersuche geht. Also, das Ding muss fahren. Das Ding muss funktionieren. Ja. Das tut er. Ich habe eigentlich nur zwei Sachen, die mir nicht gefallen. Das erste habe ich eh schon angesprochen. Das ist, dass die Tür, dass die erste Tür so dunkel getönt ist. Also, viel sehen tut man da nicht. Kann man aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass es nicht echt so ist. Weil, wenn ich als Fahrer... Ähm... Wie soll ich sagen? Wenn ich da raus schaue, sehe ich, ob da was kommt. Wenn ich da raus schaue, sehe ich nicht, ob was kommt. Kann also nicht ganz der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Würde ich mal behaupten. Das zweite, was ich jetzt gesehen habe, was mir nicht so gut gefällt, das ist das Kneeling. Wenn das Wickelloch der Kneeling-Taster ist, dass sich der Bus so stark neigt. Also, der verschwindet ja schon fast im Boden. Ich glaube, das sollte man vielleicht noch ein bisschen wahr werden, weil das ist einfach nur unrealistisch. Und schaut auch, gerade im vorderen Bereich, nicht wirklich schön aus. Schaut euch aus, als wäre die Achse gebrochen vorne, als ist Kneeling. Ja, ich würde sagen, das war es mal fürs Erste mit unserer Tour in Römerberg. Vielleicht werden wir noch die eine oder andere Linie fahren, weil in der V2 ist das jetzt, glaube ich, hat sich ja auch zum Beispiel die Nachtbus-Linie geändert. Vielleicht werden wir die mal fahren als nächstes. Schauen wir mal. Aber dann vielleicht auch mit dem, wahrscheinlich wieder mit dem Mercedes. Okay, ich würde sagen, wir machen da jetzt Schluss für heute. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Und ihr wart zufrieden mit meinem Fahrstil, nenne ich es mal. Ja, ich würde es freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!